Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Während bald in den Kinos der vermutlich blutigste Kinofilm des Jahres startet, ist jetzt am 17. Oktober der angeblich blutigste Netflix-Film aller Zeiten oder zumindest des Jahres gestartet. Und natürlich wollen wir darüber reden, wer sind wir? Das ist einmal Zero, hallo. Moin. Und ich, Johannes. Zero, Blut. Klingt das gut für dich? Ja, macht mich schon ein bisschen geil. Nein, also klar, Blut ist jetzt kein Geheimnis. Freue ich mich immer drauf, sogar sehr. Wichtig ist für mich natürlich, das muss man differenzieren, CGI-Blut und Blut. Also lieber Blutpäckchen als CGI-Blut. Und ja, hier ist ja so ein kleiner Mischmasch manchmal. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, alles was mit CGI-Blut ist, finde ich, sieht auch manchmal gar nicht so geil aus hier in dem Film. Das haben sie mich ein bisschen verloren manchmal. Aber Blut ist immer eine gute Sache. Genau, das besprechen wir auf jeden Fall jetzt. Wir reden über den Namen Codename 13, beziehungsweise im Original The Shadow Strays. Ein indonesischer Action-Film, produziert für Netflix. Regie und Drehbuch von Timo Tayanto. Den kennen einige von Headshot, den kennen einige vielleicht von den The Devil May Take You-Filmen. Aber vor allem wahrscheinlich von der Netflix-Produktion The Night Comes For Us. Der bis dahin, oder also bis jetzt vielleicht, bis Codename 13, der eventuell blutigste Netflix-Film bis jetzt war. Zero, würdest du das so sagen? Ja, ich überlege gerade gerade schnell im Kopf, ob es irgendwas deutlich blutigeres gab als Eicke-Produktion. Nee, das müsste schon das blutfest gewesen sein von Netflix. Wie hat dir denn, also vielleicht bevor wir zu Codename 13 kommen, hast du sonst, also ich gehe davon aus, dass du The Night Comes For Us gesehen hast. Wie hat dir der gefallen und eventuell andere Filme von dem Regisseur? Also ja, klar, The Night Comes For Us habe ich gesehen. Ich bin so ledsbar wie ein offenes Buch für dich langsam. Den fand ich sehr sehenswert. Ich fand ihn jetzt auch nicht so mega geil, weil da auch ein Problem ist vom Tarjanto in dem Film, welches ich auch hier in dem Film wiedersehe. Ob das wir nachher mal kurz eingehen können. Die VHS-Filme habe ich auch einige schon gesehen und natürlich auch den zweiten Teil. Ist ja auch mit dran beteiligt. Ja, ich freue mich, welchen ich angefangen habe, war The Big Four von ihm. Das war mal so ein bisschen anders. War aber sehr spät und ich habe ihn ja nicht weiter geguckt und müsste den auch immer noch mal zu Ende schauen. Fällt mir gerade mal ein. Aber ich freue mich auch, weil er hat ja auch noch ein paar Projekte. Er macht jetzt Nobody 2. Und da bin ich sehr gespannt, weil da war der erste Teil auch schon nicht unblutig. Aber ich hoffe, dass er nicht das Drehbuch schreibt, sondern nur die Regie führt. Und dann kann das ein richtig guter zweiter Teil werden. Aber ansonsten habe ich bei ihm ja wirklich noch zwei, drei Filme, die offen sind, die ich noch nicht gesehen habe. Fällt mir gerade auf. Headshot habe ich auch noch nicht geschaut. Ah, da wäre aber mal langsamer Zeit, weil mir gefallen die Poster alle sehr gut. Und auf dem einen ist, glaube ich, ein Kurzfilm, Takut, da ist ja auch schon sehr viel Blut drauf zu sehen. Das gefällt mir. So muss es sein. Ja, ich habe natürlich auch The Night Comes for Us gesehen. Ich finde den auch gut. Ich muss den auf jeden Fall noch mal gucken. Ich finde, man merkt an dem und auch an Headshot, ich würde sagen, die gehen schon sehr die The Raid Richtung und versuchen das schon nachzumachen. Ich würde sagen, nicht in der Klasse. Und ich habe auch dieses Jahr Killers von ihm und Kimo Stabuel nachgeholt. Die waren eine Zeit lang als The Moe Brothers zwei immer zur Zweitregie geführt. Der, ich würde sagen, so ein Oldboy-Rip-Off, könnte man sagen, ist. Also der daran sehr stark angelehnt ist. The Big Four ist eine ganz komische Komödie. Also ich glaube, man kann damit Spaß haben. Ich fand die nicht so gut. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Wir wollen über Codename 13 reden. Zero, worum geht es überhaupt? In Codename 13 geht es um Codename 13. Nein, um Agent 13. Das ist ein 17-jähriges Mädel, die ist ausgebildet zu einer richtig hardcore Attentäterin. Die wird dann aber wegen einer verpatzten oder eher schlampig ausgeführten Mission in Japan wird sie erstmal suspendiert. Ohne Bezahlung gehe ich mal von aus. Das Mädchen sieht dann dabei so einen kleinen Jungen. Der spielt noch eine größere Rolle. Der heißt Monji. Das ist so ein 11-jähriger Junge. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber sie entwickelt so ein kleines Gewissen für ihn. Weil seine Mutter von Monji wird dann nämlich umgebracht. Das bekommt sie auch alles mit. und wird dann auch gekidnappt. Und irgendwie Agent 13 denkt sich dann, okay, ich mache jetzt eine One-Army-Action-Show hier und will den Jungen retten. Und stellt sich dagegen dann natürlich auch noch gegen ihre Mentoren, ihre eigenen Organisationen und gegen das Syndikat und was da nicht noch alles rumläuft, um halt ihre eigene Mission jetzt auszuführen. Und dann wird es halt auch ordentlich spratzig und blutig. Das ist so der Hauptplot unseres Blutfestes. Das klingt so. Jetzt vielleicht, bevor wir ans Eingemachte gehen, können wir ja mal kurz den Plot, können wir darauf eingehen. Weil eigentlich würden wir sagen, der ist ja nur Mittel zum Zweck für ganz viel brutale Action. Gleichzeitig geht der Film aber fast zweieinhalb Stunden und macht irgendwie mehrere Töpfe auf, wo man gefragt hat, braucht er das? Ich muss aber ehrlich sagen, ich fand den überraschend kurzweilig. Ging dir das auch so? Ja, nein. Ja, nein. Also das Problem, du hast ja angesprochen, der Plot ist Mittel zum Zweck und das ist mein großes Problem mit dem Registrier an sich. Die Filme sind immer ganz cool, du hast geile Action, es ist blutig, aber die Geschichten, die er erzählt, sind so 0815. Und ja, das ist jetzt, kann man schauen, ist okay. In den 80er waren die Storys ja auch nicht besser. Aber hier habe ich im Mittelteil wirklich verspürt, boah, der hängt jetzt ein bisschen. Ich habe wirklich mal aufgerufen, welche Action-Set-Pieces haben wir denn nur? Wir kommen gerade am Anfang, dieses Japan-Ding, diese verdattelte Mission, ist cool. Dann kommt erst mal wieder nichts, weil sie ja suspendiert ist und dann lasst du immer so so am Telefon und dann siehst du halt, dass Sachen passieren zwischendrin, das ist auch alles cool. Aber so richtig hochgegisste Action kommt dann erst mal nicht, dann kommt wieder eine große Szene und dann kommt wieder eine Zeit lang nichts, wo ich denke, das hält mich jetzt hier, weil die Story, die ist nicht das, warum ich den Film sehen will oder die hält einen auch nicht drin. Und dafür finde ich den teilweise, also überlang nicht, aber so, boah, bestimmt 20 Minuten hätte man wirklich mal kürzen können, dann hätte der noch ein geileres, schnelleres Pacing, weil mir da irgendwie im Mittelteil, ich finde die Figuren halt zu uninteressant in dem Sinne, dass ich wissen will, was machen die denn neben der Action denn noch? Was ist denn da denn noch das Ding? Und wie gesagt, ich habe auch null ihre Intentionen verstanden. Das gibt mir der Film halt leider nicht. Ich habe zwischendrin mal gedacht, ist das irgendwie der Bruder? Sind die verwandt? Sie hat die abtrünnige Tochter? Irgend so was. Aber das schmeißt die mir ja nicht hin, das ist einfach nur ein fremder Junge. Und ja, ich habe es null gerafft, warum sie jetzt auf einmal Riot geht für halt eine fremde Person, obwohl sie ausgebildet ist, sowas eigentlich nicht zu machen. Also einfach straight zu sein und die Leute abzubuchsen. Ja, ich weiß nicht, da konnte ich nicht so connecten und dadurch hat sich das für mich wirklich deutlich länger gezogen, als glaube ich nötig war. Ich kann nicht nachvollziehen. Eigentlich sind diese Codename und dann eventuelle Zahl einführen beziehungsweise einige aus der Organisation haben ja auch Namen. Das ist ja, ich würde sagen, es geht ja in so eine Hitman-Richtung. Das sind alles ausgebildete Killerinnen und Killer, die keine Emotionen haben sollen. Aber sie hat ja überraschend viel Emotionen. Und ich muss sagen, ich fand die Chemie zwischen ihr und dem Jungen total toll, aber es war ja wirklich, also die sehen sich einmal und schon sind die gefühlt Besties. Und das wirklich schon so ein bisschen konstruiert. Und man muss ja auch sagen, es geht dann ja nicht nur um diese Rache-Story, dass sie sich an den Leuten recht, die dem Jungen und der Mutter was anfangen, sondern am Ende, also die letzte halbe Stunde, wird ja nochmal ein Topf aufgemacht, wo ich mich gefragt habe, warum ist das drin? Weil das hätte dieser Film überhaupt nicht gebraucht. Ja, es ist halt, also es wird logisch erklärt, es geht ja dann um ihre Organisation, wo sie für tätig ist. Dass die dann jetzt noch mit reinkommen, ich kann es verstehen, aber ich hätte es auch null gebraucht, weil okay, du hast dadurch noch coole Reaction-Szenen. Das ist das Einzige dadurch, die du dann kriegst. Und das finde ich halt wirklich gut, weil da sind ein paar richtig geile Sachen dabei. Was ich dann noch super lustig finde, also ich brauche das nicht, allerdings würde ich auch sagen, würde ich sofort nehmen, der Film hat ja die Eier am Ende auch noch ein Sequel eigentlich anzuteasern. Also es ist ja ein offenes Ende, wo man denkt, jetzt geht es nochmal richtig los. Wie fandest du das? Also ich muss sagen, ich habe es natürlich auch gefeiert, diesen Cameo am Ende, weil er ein Darsteller ist, der sich in diesem ganzen Film da ein bisschen auskennt, der steht da schon für gute Action. Und da dachte ich so, ja, cool, aber es ist halt wirklich auch nur so für die Fans. Hey, Leute, macht das Ding erstmal zu Ende. Und ihr hättet den zweiten Teil ja trotzdem machen können. Also allen ist jetzt wohl klar, sie wird jetzt nicht komplett verrecken, ist unsere Heldin. Das ist in diesem Film auch meistens klar, dass die nicht sterben. Dann hättest du ja so oder so einen zweiten Teil machen können, aber der wird auch so plumm rangebracht. Und ich mir denke, da kommt jetzt einmal eine Figur, die überhaupt nicht mit dem Film null vorkam. Aber okay, ja, kann man sich erklären, dass so eine Person dann da ist. Das ist logisch, könnte sein. Und dann kommt halt das Cameo dazu. Und ich denke mir so, okay, ja, jetzt freuen sich alle. Also im Kino wären wahrscheinlich alle nochmal aufgestanden, hätten applaudiert, ne, Fans von dem Film. Aber so wirklich mitgerissen, hat mich das jetzt nicht. Also ich bin nicht vom Sofa aufgesprungen, hab rumgejubelt. Ja, hey, also sowas brauche ich immer nicht. Also man kann ja subtil, keine Ahnung, sie lebt noch und dann gibt's ja so immer die Möglichkeit, einen zweiten Teil zu machen. Das hätte ich besser gefunden, dass man erstmal abwartet, wie kommt denn jetzt überhaupt überall an. Aber naja. Kann ich voll nachvollziehen. Vielleicht noch einen Punkt, bevor wir dann endlich zur Action kommen. Ich fand den Tonfall von dem Film ein bisschen weird. Weil der Film ist ja super ernst, ne. Also das ist ja wirklich so eine krasse irgendwie, also auch die Brutalität, das ist ja alles so drüber. Aber ich fand den manchmal so unfreiwillig komisch. Ging dir das auch so? Also ich muss sagen, ich fand leider jede Szene, gerade im letzten Drittel, da ist so eine Figur, so eine richtig miese Assassine, so ein größerer. Also ich fand den auch schon, wo er anfangs irgendwann zwischendrin war vorkommt, den fand ich so abfucking gefassbar lustig. Ja. Ey, der geht gar nicht, weil der ist halt, das ist eine Hardcore-Karikatur. Und dann bewegt er sich auch noch irgendwie so richtig langsam. Und dann bebt auch noch alles. Leute, ist das euer Ernst? Also das ist ja schon eher so comichaft und richtig comichaft. Und nee, ich fand das dann auch nur noch lustig. Aber ja, da war diese Ernsthaftigkeit eigentlich aus dieser Story, die dann doch auch mal ein paar traurige Momente hat, ne, die man eigentlich auch nicht so hätte erwarten müssen in dem Film. Mhm. Weil, ist ja nicht in jedem Actionfilm, dass da sowas passiert. Aber nee, dann geht das in das comichafte, dann hat der eine Bösewicht, und dann wieder auch eine Maske auf, was auch total dumm ist, weil es, nee, also da sind schon viele karikative Persönlichkeiten mit drin, die einen dann aus dieser Ernsthaftigkeit rausreißen. Ja, manchmal fand ich es lustig, manchmal fand ich es einfach nur so Augenbrauen hochziehen, so echt jetzt. Ja, der ist da irgendwie schon, also ich finde, der versucht es sehr hart, ähm, und ist dann manchmal sehr drüber. Definitiv, äh. Und das gilt ja auch für die Gewalt. Also, der Film fängt ja, du hast das angesprochen, mit so einem, es spielt in Japan, und dann sehen wir das erste Mal drei Szenen in Action, und da wird sehr viel auf CGI-Blut gesetzt, aber es wird, es ist wirklich sehr blutig, es wird alles Mögliche gemacht, und ich muss sagen, und das gilt auch für den restlichen Film, diese Gewalt war so drüber, dass ich das auch nicht ernst nehmen konnte. Also ich finde, es gibt ja so Filme wie die John Wick-Reihe, dass das irgendwie alles überstilisiert, da nehme ich das so gar nicht wahr, und bei The Raid ist das, finde ich, so eine harte Gewalt, die zum Teil richtig wehtut, und hier war das alles so, also fast so Videospiel-mäßig, dass es so drüber war. Ja, das fällt mir auch öfter, auch bei Filmen, wenn es zu drüber ist, ist das für mich eher so Popcorn-Gewalt, da kann ich mich auch, ja, kann ich auch mal drüber lachen und mich ja freuen, auch wenn da Köpfe abfliegen oder so, weil es einfach, ja Leute, es ist nicht euer Ernst jetzt, ne, ha, ha, ha. Und The Raid ist das beste Beispiel, wie du sagst, da ist wirklich, da kracht das richtig, jetzt hat das so einen Punch, da denkt man sich, au, das hat jetzt aber richtig weh, das habe ich in dem Film, wenn ich jetzt wirklich überlege, vielleicht ein, zwei Szenen, wo ich denke, ouch, aber ansonsten, ja, funny, geil, und dann gucke ich, wie es geil gemacht ist, und wie du schon sagst, es kommt dann hier relativ häufig, CGI sogar, Blut zu tragen, und was ich auch komisch fand, weil hin und wieder haben sie ja praktische Effekte dann auch, sie haben sie immer gemixt, und ich finde, sie haben aber, mal besser, mal schlechter, also sie haben es nicht geschafft, den ganzen Film durchgehend ein Niveau zu halten, und das, ich verstehe es nicht, Leute, guckt da dann lieber noch mal drüber, und sagt, ach, da müssen wir nicht mal so eine komische, ähm, computeranimierte Blutfontäne reinmachen, weil, sieht halt nicht so geil aus, und, ja, finde ich schade, hätten sie weniger davon benutzt, wäre, glaube ich, auch ernsthaft darüber gekommen, und vielleicht auch ein bisschen härter noch, und hätte mir deutlich besser gefallen, auf jeden Fall. Das sind ja, finde ich, auch immer so Overkills, also John Wick schießt natürlich auch noch einmal in den Kopf, und dann ist aber vorbei, hier wird dann gefühlt noch mal fünfmal in den Kopf geschossen, oder wenn sie einen Katana nimmt, dann sticht sie nicht einmal zu, nein, sie sticht zehnmal zu, oder wenn jemandem irgendwie das Gesicht verbrannt wird, dann wird dem das aber sowas von weggebrannt, also ich, also ich muss sagen, es ist völlig drüber, und es hat irgendwie dann Identität verloren, aber ich hatte auf so einer, bisschen niederen Ebene, richtig Spaß damit. Hä, da bist du bei mir, niedere Ebene, bin ich, bin ich am Start. Dann kommen wir noch mal vielleicht, ja, sorry? Ich wollte nur noch mal anführen, wegen den Katana und dem Waffen, da würde mich wirklich mal deine Meinung interessieren, weil da habe ich auch die ganze Zeit danach, oder auch während des Films schon überlegt, ich verstehe es immer nicht, wie, warum man, gerade in der ersten Szene, in der großen Action-Szene, die haben ja alle Waffen, ne, die Bösewichte haben alle Waffen, warum kommen die dann mit irgendwelchen Schneidwerkzeugen, sprich mit Waffen, Messern und sowas an, die könnten die ganze Zeit schießen, und wenn alle schießen, also selbst wenn die, ja, die Sachen abwehren könnte, a la John Wick mit seinem Anzug, und sie da auch mit so Armprothesen, aber, Leute, also mal ehrlich, also wenn da zwölf Leute gleichzeitig auf einen schießen, in die gleiche Richtung, da ist schon ein Treffer dabei, und, nee, dann nehmen sie lieber ein Messer, und ich verstehe es immer null, weil das ist, also klar, für einen Film ist es spannender, wenn sie nicht gleich nach fünf Minuten tot ist, aber irgendwie ist es halt auch saudumm inszeniert, dann lass doch lieber gleich alle nur Messer haben, weil, ja, äh, hier auf den Anwesen sind keine Waffen erlaubt, weil da hat der Chef selber Angst vor, ey, das wäre ja erklärbar, das könnte ich logisch nachvollziehen, aber dass sie mal Waffe benutzen in einer Minute, und eine Minute später halt wieder nur ein Messer, das hat mir der Film nur gegeben, beim Ende hat er es besser gemacht, ähm, zum Finale hin, weil da ist auch nochmal ein Schwertkampf, weil, ist halt die Waffe irgendwann alle, dann verstehe ich ja, okay, jetzt musst du halt die letzte Waffe nehmen, die du nehmen kannst, aber da, ich verstehe es den Film nicht, vielleicht kannst du mir das ja erklären. Ich würde jetzt glaube ich sagen, es sollte cool sein, und ich glaube, das ist bei ganz vielen in diesem Film eigentlich die Sache, wann sieht es cool aus, let's do it. Okay, ich hätte mir jetzt zwar eher ein fünfstündiger Monolog, und eine Abhandlung erwartet über Waffen- und Schwertkampf, aber die Antwort ist glaube ich die einzig Wache, mit der muss ich leider glaube ich auch leben. Ich bin aber ansonsten bei dir, ich meine, bei südkoreanischen Produktionen ist das ja relativ geregelt, weil die haben da so restriktive Waffengesetze, dass es da relativ wenig Feuerwaffen gibt, und dadurch dann irgendwie viel mit anderen Waffen geregelt ist, aber hier ist es ja nicht so, es gibt so viele Schusswaffen, und sie werden auch immer wieder eingesetzt, aber halt gerade, wenn es den Leuten in den Kram passt. Boah, das fällt mir, ich tease die mal nur leicht an, weil ich will das ja nicht wegspornen. Dann haben wir auch im ersten Finale, nenne ich es jetzt mal vom Film, da hat einer eine richtig krasse Waffe, die auch Geschosse rausschießt, die dann Explosionen hervorruft. Mhm. Und die benutzt er manchmal und manchmal dann nicht. Und dann will er unsere Protagonistin natürlich auch Leid antun, und dann schießt er normal, und dann schießt er aber auch so, wo ich mir denke, warum ballerst du nicht einfach diese Explosionsgeschosse in die Richtung, wo sie ist, das machst du zweimal, und dann ist sie vielleicht wenigstens verletzt, aber nee, der Film ist dann halt wie ein Film, der traut sich dann nicht zu sagen, okay, das ziehe ich jetzt mal durch, weil sie hätte ja immer noch, keine Ahnung, wenn ihr einen Arm abfallen würde, könnte sie ja immer noch geile Action machen, weil sie ist halt unsere Superhero-Frau da, aber schade, schade, ich glaube, wir müssen mal einen Film machen, einen realistischen Actionfilm, das schließt sich, glaube ich, aus, aber da ja. Genau, weil wir das auch bestimmt so gut hinkriegen, wie die ganzen erfahrenen Stuntleute und Choreagrafinnen etc., das, äh, Tele-Stammtisch, nächstes Mal gibt's halt kein Redaktionswochenende, das Geld wird genommen, dann machen wir einen Actionfilm, das ganze Budget geht erstmal drauf, weil wir müssen natürlich Stuntleute einkaufen, die dann die Stunts machen, die machen wir doch nicht selber, wie sollte denn das aussehen? Ah, nee, ähm, ja, aber ich glaube, es geht vielen so bei Actionfilmen, dass man manchmal dann so draußen ist und sich denkt, ach, warum machen die nicht das und das, aber das war das Schöne, sonst könnten wir ja auch nicht drüber diskutieren. Das stimmt, das stimmt. Was ich hier bei, ähm, Code Name 13 ganz kurios finde, ich finde, ich finde, und das, das geht auch so ein bisschen für The Night Comes For, also ich finde, es gibt einzelne Szenen, die sehr, sehr gut sind, ich finde, gerade so im, ähm, im Duell, also wenn, äh, äh, 13 gegen eine, eine andere Person kämpft, ich finde, dann sind da zum Teil richtig tolle Choreografien drin und dann ist das auch toll inszeniert, aber ich finde, gerade wenn sie so gegen Gruppen antritt, dann ist das manchmal so ein bisschen, so ein bisschen schlampig, also ich finde es nie schlecht, aber ich finde, dann merkt man manchmal so, dann kommt halt diese Logik, warum schießen die Leute nicht, irgendwie hin und her, ging das auch so? Ja, es ist halt wirklich dieses jahrzehntelange Problem schon, das gibt's ja schon in den Bruce Lee-Filmen, wo dann acht Leute um ihm rumstehen und dann einfach mal noch vor- und zurücktanzen, weil sie auf ihren Einsatz warten müssen, bis sie draufhauen können, warum springen nicht einfach fünf Leute drauf, äh, halten die Person fest, auch gerade bei Wappendingern, also wenn sie ja eh für ihren Chef sterben würden, in jedem Actionfilm, schmeißt die doch mit fünf Leuten drauf und einer kommt hin, gibt der Person auf dem Boden liegen, die fährt gern mit dem Kopfschuss, so, sind zwar drei tot oder vier, aber der Aggressor oder der Held auch, und ja, ich bin dann, glaube ich, wie du, ich find's trotzdem cool, ne, weil es gehört ja zum Film und ich glaube, außer wirklich, außer by the rate, ist es halt wirklich eine Ausnahme, wo ich sage, da haben es geil hingekriegt, dass viele Leute draufgehen, weil sie halt auch diese engen Räume genommen haben, es ist halt doof, wenn du einen großen Raum hast, viele Angreifer auf eine Person, das sieht, wenn man ehrlich ist, sieht das immer ein bisschen aus wie, komm, warte mal, geh du erst mal, das wird ja im richtigen Leben nicht passieren, wenn dir da drei Leute aus dem Maul hauen wollen, da werden zwei versuchen, die festzuhalten und da warten halt dann zwei und der eine schlägt erst mal zu, kriegt sein Fett weg und dann kommt der nächste, ja, aber trotzdem macht es halt Spaß beim Gucken, das ist ja, glaube ich, da immer das Wichtigste. Ja, ja voll und ich mag auch total, wie viele Ideen hier reingepackt werden, also mal geht die Kamera mit, mal ist die Kamera von oben, mal ist die Kamera da dran, dann gibt es so eine, am Anfang auch so eine Szene in der Ego-Perspektive mit so einem Wärmebild und da sind so viele Ideen drin, wo ich denke, da gehen gar nicht alle von auf, aber allein, dass da so viele Ideen einfach, ich hätte mal das Gefühl, wir haben noch eine Idee, egal, irgendwie in irgendeine Action-Szene kriegen wir die noch rein. Das ist wirklich, das ist ein Highlight, also bei einem Film oder bei vielen Action-Filmen gerade, dass sie ja wirklich versuchen, da viel reinzupacken an Ideen und das finde ich halt auch immer cool, was sie in die Story nicht transportiert kriegen, kriegen sie dann aber wie mit so Kameraarbeit oder öfter auch mit so verschiedenen Waffen, wobei ich hier sagen muss, verschiedene Waffen, da war ich hier ein bisschen enttäuscht diesmal. Ich fand, man hätte da doch mal The Night Comes For Us, da hast du ja wirklich alles, was da ist, ist halt irgendwie eine Waffe und hier haben sie sich halt auch so die paar Hauptsachen so ein bisschen beschränkt. Also ich hätte schon mal gern gesehen, dass einer wieder mit so einem Mülltonndeckel oder keine Ahnung, mit einem Wischlappen das Auge rausgeschlagen wird, irgendwie sowas. Aber da waren wir diesmal ein bisschen spärlich, finde ich. Zumindest wird eine Wok-Pfanne zweckentfremdet. Ja, ja. Aber das gab es auch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, in The Monkey Man dieses Jahr, glaube ich, war auch eine Wok-Pfanne mit am Start. Auf jeden Fall waren sie in der Küche und da haben sie alleine in der Küche mehr Waffen benutzt als hier im ganzen Film. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht, wir können vielleicht noch zum finalen Kampf kommen, weil ich finde, der ist schon sehr drauf angelegt, Vergleich verglichen zu werden mit dem Finale von The Raid 2, oder? Also die zwei, ich sage mal, ähnlichen Assassinen oder Assassineninnen kämpfen bis zum bitteren Ende gegeneinander. Wie hat dir das gefallen? Also es hat mir per se schon mal gut gefallen. Ich fand es, also es klingt so schlimm, aber ich, ich habe auch immer überlegt, das eine ist ja eigentlich ihre Ausbilderin, aber ich fand die Darstellerin, also sie hat diese Action-Sachen alles cool gemacht und so, aber ich fand die, ich bin eine Ausbilderin, fand ich die deutlich zu jung. Weil mir kam, also ich, hätte ich nicht gelesen, dass, dass unsere Hauptfigur Agent 13, 17 ist, hätte ich das, hätte ich die auch nicht auf 17 geschätzt. Nee. Mitte 20, so mindestens. Und da, die kam mir zu jung vor und die waren mir auch vom Typus, von der Person, waren die mir sehr zu ähnlich. Also da dachte ich nämlich anfangs auch, ist das die Mutter? Okay, interessant. Ist aber nicht. Und, ja, aber ey, von der Action her, war da schon ein richtig schönes Feuerwerk und die haben sich ja gegeben ohne Ende. Also ich wäre wahrscheinlich nach der ersten Kratzer hätte ich gesagt, nee Leute, jetzt ist mal vorbei, ich hab keinen Bock mehr, ja komm, Kopfschuss, ich hab, ich will nie mehr, es tut doch weh. Und ey, das war schon eine krasse Action. Ich fand das auch richtig gut, ich muss aber sagen, ich hätte zwischendrin das Problem, dass ich die nicht auseinanderhalten konnte, weil die haben ja beide lange dunkle Haare, die haben beide dunkle Klamotten an und sind irgendwann völlig blutüberströmt. Da hab ich fast gewünscht, dass die eine, hätten sie vielleicht einen Zopf machen können oder sowas. Also es sah immer noch cool aus und ich hab gedacht, okay, für wen bin ich jetzt eigentlich? Egal, sieht geil aus. Ja, wie gesagt, ich finde, die sind zu ähnlich vom Typen her auch. Das ist, ach Mensch. Und was ich mich auch gefragt hätte, das hab ich jetzt auch noch so leider gefunden, ob die selber die Action gemacht haben oder was sie selber gemacht haben. Das, da hätte ich nochmal nachgucken sollen. Weil das find ich auch mal spannend, gerade, wenn sie dann so richtig reingehen, dachte ich manchmal zu sehen, dass unsere Hauptdarstellerin das da jetzt irgendwie doch im Mann im Kostüm ist, weil sie hat ja immer ganz oft auch so einen dicken Hoodie an und das machen die ja meistens nur aus Gründen, weil kannst du halt besser verstecken, wenn da ein Mann drunter ist, der halt keine Brust hat und sonst verstehe ich nicht, warum sie halt, was sie in Actionfilmen gerne machen, die Frau halt eng bekleiden, weil es dann aussieht wie eine Frau, die Action macht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da öfter mal Männer reingesetzt haben, die dann so diese Action-Szenen machen, was ich ein bisschen schade finden würde, aber auch komplett okay. Also es ist nicht so, dass es 100% auffällt, nur wenn man sich überlegt, warum trägt sie denn jetzt fast in jeder Szene erstmal so ein Hoodie, das, ja, aber wie gesagt, Action-Feuerwerk hat man auf jeden Fall in dem Film. Voll. Dann vielleicht noch, bevor wir zum Fazit kommen, du hast jetzt schon The Monkey Man angesprochen oder nur Monkey Man? Ich weiß gar nicht, ob da ein The zugehört oder nicht. Egal. Es ist ein cooler Film. Wie würdest du denn The Shadow Strays oder Kotner mit Reizen so einordnen im Vergleich zu den bisherigen coolen Action-Filmen des Jahres? Des Jahres? Uh. Ich bin da ja sehr listenabfin und habe eine Liste mit Filmen von 2024, die ich geschaut habe, also auch nur nach Letterboxd geführt, wann sie halt dann rausgekommen sind. Da bin ich immer ganz trigent. Wenn einer 20, 23 rauskommt, kommt er nicht rein. Ich habe den jetzt auf meinem, glaube ich, 172-Filme-Ranking. Ist dieser Film jetzt auf Platznummer, lass mich einmal kurz scrollen, da ist es doch, Nummer... Oh, irgendwas mit 50 müsste der sein. Äh, ja, 54. Auf Platz 54, der ist bei mir hinter 60 Minutes einem deutschen Action-Film gelandet, aber noch vor The Ungentle Me Warfare. Äh, ja, welchen Film hatten wir dann besprochen, der da mit reinkommt? Zum Beispiel Officer Blackbait. Mhm. Hat dir, glaube ich, nicht ganz so gefallen, aber den fand ich besser. Also, der hat mir von der Story ein bisschen mehr gegeben als der hier. Ähm, ja, er kann schon was, ist aber für mich auch wirklich da nur guter Durchschnitt. Also, alleine wenn ich nur die Action-Filme nehme, ist der da nur guter Durchschnitt. Ein Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann, der ist so schön kurzweilig, gerade so, ich kann zum Wochenende hin, abends, wenn man nicht weg will oder so, guckt man sich den an, hat damit seinen Spaß. Mehr ist es für mich da aber leider auch nicht. Da würde der schon landen. Also, der ist auch hinter Bad Boys und sowas gelandet. Die Filme haben mich halt alle deutlich mehr unterhalten. Aber er ist schon nicht verkehrt. Ja, mir hat der deutlich besser gefallen. Ich hab den jetzt noch nicht in meine Ranking-Liste eingeordnet. Ich musste da mal überlegen. Also, zum Beispiel, ich hab auch erst kürzlich Boy Kill the World und im deutschen City of Darkness im Original Twilight of the Warriors Wald-In gesehen. Und ich muss sagen, auch wenn ich das nicht gedacht hätte, ich glaube, dass mir Codename 13 besser gefallen hat als die beiden. Also, ich kann schon verstehen, dass gerade Twilight of the Warriors, der hat die bessere Action. Der ist schon unglaublich gut inszeniert. Aber ich finde, der hatte immer so zwischendrin Längen. und ich hatte mit mit Codename 13 richtig viel Spaß. Ich weiß nicht, also, den werde ich auf jeden Fall noch mal gucken. Ich weiß nicht, ob der irgendwie in so eine Ewigkeit, also irgendwie in so einer, wie wieder in so einer Top, also Best Action Movies of all time bei mir reinkommt, weil der dafür, glaube ich, so ein bisschen die ikonischen Szenen fehlen. Also, ich fand Monkey Man auf jeden Fall viel besser, aber ich fand den schon ziemlich launig, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, gerade weil ich dann auch von unserem Kollegen Stu dann mitbekommen habe, dass er auch nicht so begeistert war, war ich erst mal skeptisch, aber dann hatte ich doch richtig viel Spaß damit. Also, es ist halt wirklich ein Fun-Action, also, das ist der auf jeden Fall. Also, da hatte ich auch deutlich mehr Spaß, aber wie du schon ansprichst, bei Monkey Man ist halt von der Story auch, also, da hat ja ein paar Ebenen noch mehr als nur, ja, mit hier ein paar coole Action-Szenen und das fehlt mir halt in dem, was heißt fehlt der? Also, wenn ich mir Actionfilme angucke, muss ich jetzt nicht noch eine coole Story haben meistens, aber wenn sie dabei ist, nehme ich es natürlich gerne mit. Also, wie gesagt, der Film ist nicht schlecht, Leute. Den könnt ihr euch gut weggucken und ich glaube, viele werden da auch richtig viel Spaß mit haben. Ja, haben wir dann alles gesagt? Ja. Ja, ich glaube, ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, ne, ihr habt ab dem, oder seit dem 17. Oktober auf Netflix die Chance, Code Name 13 oder The Shadow Strays zu gucken. Macht das, würde ich sagen. Und dann guckt, ob er euch gefällt und wie gut er euch gefällt. Das könnt ihr uns natürlich gerne mitteilen, indem ihr auf unseren Discord-Server des Tele-Stammtisch kommt und da einfach mal sagt, was eure Lieblingsbrutale Actionfilme sind und ob Code Name 13 da eventuell dann bald zugehören wird. Ihr könnt den Podcast gerne bewerten und kommentieren und schaut auch gerne auf unserer Website vorbei. Dann sage ich schon mal Ciao, Ciao. Und Zero, du hast das letzte Wort. Wir machen es heute ganz kurz. Auf Wiedersehen. und bis nächste Woche. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.